einen wunderschönen guten tag meine freunde und herzlich willkommen zu dem zweiten part von five night at friendly security breach ich wünsche euch viel spaß wir gehen heute wieder rein wir haben gestern gegen den sonn beziehungsweise mondmeister gespielt wenn ihr dieses video diese folge noch nicht gesehen habt empfehle ich euch die auf jeden fall nachzuschauen und hashtag video in die kommentare wenn ihr das ganze als video seht dickes küsschen ich freue mich dass ihr da seid ihr wisst ich hole den chat immer ganz kurz rein damit alle noch mal hallo sagen können hallo meine freunde ich küsse euer auge ich freue mich dass ihr da seid hallo hallo jeder will dich sehen game of world da kommt schon die mitgliedschaft eingeschallert ich freue mich natürlich vielen vielen dank dafür noch mal wir fangen auch direkt an freunde fackeln da auch nicht lange und ich freue mich heute einfach auf richtig cool live stream okay wir ziehen durch let's fett spiel fortsetzen müssen glaube ich jetzt pizza backen oder so es geht hier direkt los bin super gespannt wie es wird wir gucken rein okay soweit ich weiß sind wir in diesem security room gewesen und chica will jetzt versuchen hier reinzukommen das könnt ihr daran sehen dass die jetzt irgendwo warte mal die muss hier irgendwo vorher stehen egal wir nehmen uns jetzt erstmal das sicherheitsabzeichen wir sind jetzt sicherheitsstufe 2 richtig gut kriegen jetzt so eine blaue keycard hier anscheinend sehr geil und jetzt müssen wir mit freddie kontakt aufnehmen und ich finde es richtig ehre dass freddie richtiger ehrenmann ach so ich muss jetzt noch mal ganz kurz das ein oder andere programm schließen sieht man hier zum beispiel ich habe eben noch thumbnails gebastelt leute und darf natürlich mein pc auch nicht komplett überlasten so damit er auch vernünftig läuft ist klar so guti sehr schön da wollen wir mal rein okay chica wartet jetzt bei uns vor der türmann und freddie sagt diggy ich helfe dir du musst schnell was erledigen wir können jetzt zu diesem online pizza liefer system kontakt aufnehmen und chica damit ablenken es wird richtig lustig rein leute wer wer würde meine pizza essen hashtag pizza los lass mich rein warten die ist schon direkt vor der tür bitte jetzt können wir auf jeden fall erst mal pizza backen und jetzt müssen wir irgendwie dafür sorgen dass die tomatensoße auf diese pizza rauskriegen und wir haben halt nur gewisse zeit bis die alte in unsere tür da rein kommen wir müssen echt durchziehen wenn ihr schlechte qualität habt oder sonst was dann könnt hier unten rechts aufs zahnrad gehen und höhere bildqualität einstellen jetzt machen wir natürlich erst mal käse auf die pizza Leute ich weiß ja wie eine pizza gemacht ja ja hey war lange nicht dabei tobi gadgets freue mich dass du dann wenigstens wieder am start bist so wir gucken mal weiter wo müssen wir jetzt denn wir brauchen fleisch auf der pizza hier leute steht nicht fleisch drauf du denkst du ja fleisch habe ich gestern nämlich gemacht und dann wurde ich sowas von weg gebastelt uff reno reno sagt machen wir die wieder morgen später im video ich hab doch eben schon eins rausgehauen um neun uhr morgens aber jetzt hast du es noch nicht gesehen so chica fragt wo ich bin oh nö ich denke mal wir streamen heute zwischen anderthalb und zwei stunden und werden morgen weitermachen und übermorgen gegebenenfalls auch noch wenn das spiel bis dahin nicht durchgespielt ist leute also ich bringe das game jetzt jeden tag na also morgen auch wieder aber morgen wird es ein bisschen später so dann machen wir das hier nochmal rein die pizza jetzt wird die schön warm gemacht und hier nochmal so ein bisschen okay ich habe jetzt eine schöne fertige pizza ich möchte die ausliefern hallo chica hat aufgehört hau rein pizza bot also ich glaube die tür ist jetzt erstmal safe ne ihr speichert ab leute ich speichere jetzt erstmal dass wir die pizza äh gemacht haben weil das ist immer sehr viel zeit was da dann flöten geht wenn wir das halt nicht machen okay wir laufen direkt weiter müssen jetzt irgendwie aus diesem äh ganzen komplex hier rauskommen darum geht es jetzt halt wir versuchen einen ausgang zu finden und hier steht schon ausgang zu den docks ne mal gucken was ist hier so das krokodil darf hier auf jeden fall nicht rein leute das das krokodil ne das ist durchgedreht und ich bin so ein kleines kind einfach hier ist ein serverraum den will ich mir auch nochmal angucken leute was ist das denn hier hallo kann ich hier ein streaming pc kriegen irgendwo wir sind jetzt in der küche die gucke ich mir gleich an leute ich habe das gefühl hier ist noch was irgendwas was wir übersehen haben mhm sieht erstmal nicht danach aus okay dann gehen wir jetzt weiter durch wir müssen uns jetzt durchsneaken chica ist hier irgendwo leute da vorne ist die glaube ich ne bleiben unten ist abgelenkt mal hier da ist chica hier gibt es doch irgendwo ne tasche die nehmen wir jetzt mit ich mach auf dreist leute ich mach auf dreist ich hab die tasche chica chica meine süße ich kann da nicht rein jonas wolkersdorfer ich mach keinen daumen hoch war nur spaß schreibt er okay wir können hier auf jeden fall nicht raus sehr blöd müssen wir an so ne kontrolltafel gehen hier gibt es eine toilette leute für botter oder was hier mädchen und männer aha so ein ding ist das wir gehen mal hier vorne hin und das hier ist wahrscheinlich der ausgang jetzt um aus diesem einkaufszentrum rauszukommen oh leute brauchen wir sie als stufe 7 für ne sicherheitsstufe 7 ich bin grad auf 2 ich bin so am äh ähm gut dann müssen wir wohl jetzt erstmal gucken dass wir irgendwelche steuerelemente finden ja ich weiß noch nicht wo die sind freddie wo sind die steuerelemente bruder da können wir nicht durch durch die exit tür können wir auch nicht vielleicht können wir vielleicht können wir ja dann hier so durchgehen ja chica ist da oh ne ne die ist jetzt da durchgelaufen wir sneaken hinterher hat sie es gehört ich glaube sie es gehört leute ich habe da grad Dosen umgeworfen ne hallo chica da ist sie da ist sie leute ich kann leider nicht rausgucken ich muss nicht verstecken wie lange bleibt die jetzt hier du spielst ganz gut dreno dankeschön ich gebe mir natürlich mühe dass wir heute nicht so hart drauf gehen ne aber wisst ihr was ich könnte eigentlich mal wieder kissen gebrauchen ich mach heute mein kissen dran auf chillig oh jetzt ist der stuhl aber ein bisschen unbequem ich muss ihn einmal ein bisschen zurücksetzen äh das war das falsche irgendwie mal ganz kurz gucken mach ich denn das jetzt nochmal gar keine ahnung mehr Leute ah schon viel besser mit so einem kissen lässt es sich gleich ganz entspannt zocken so wir gucken mal wo die jetzt ist vorsichtig sein Leute guck dir diesen Roboter an ne boah ich muss mich verstecken ah die ist die ist gewieft Leute die ist echt gewieft das muss ich ihr lassen ich schaff das Luis Luis sagt ich schaff das ok Bruder ich schaff das wir hören Leute sie ist weg wir können durchziehen wir dürfen nicht zu schnell laufen ok wir laufen einfach durch ruhig bleiben ruhig bleiben jawoll Leute wir sind da erstmal weg das haben wir gut gemacht ok jetzt sind hier diese ganzen Staubsauger äh 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 Roboter äh Lutschis und wenn die mich erwischen bin ich sowas von im Eimer hallo was soll das Junge hat der Bock ok wir laufen mal hier durch wir müssen vorsichtig sein wir können uns hier hinter den Schrank verstecken hier seht ihr uns garantiert nicht Leute wir bleiben auf ganz sicherer Variante drin oh das war richtig knapp ne ok die machen jetzt hier alle entspannt sauber und die sehen mich ja im Prinzip gar nicht von hier bin ich glaube ich gerade gekommen ne kann das sein ich mach mal die Taschenlampe an wir gucken mal ne doch nicht ich glaube doch wir sind von hier gekommen dann guck ich mir nochmal hier kurz den Raum an Leute ist hier ja hier ist ein Geschenk aha aha die Roboter die sorgen dafür dass die anderen Animatronics kommen die dürfen uns nicht erwischen die sind halt aber einfach nur zu dämlich die Roboter sind richtig dämlich der hier der erschreckt uns so ein bisschen und der sorgt dann dafür dass die Animatronics also Chica vor allem Chica dann hierher kommen ne gar kein Bock Leute vorsichtig müssen hier richtig aufpassen wir dürfen uns nicht erwischen lassen wir sind ja illegal in einem in einem Einkaufszentrum einfach ein sozusagen eingebrochen beziehungsweise ist jetzt hier zu ne und ich bin ein kleines Kind Gregory wie sieht's denn hier aus können wir von hier aus abhauen 1 Uhr 45 Leute was ist das für ein Roboter machst du irgendwas bitte nicht wir nehmen das Paket Glam Roxy Clush ok Vanessa oh Gott wir wurden erwischt ja moin ja moin hallo es ist 2 Uhr nachts Leute der Titel vom Video passt jetzt wir sind jetzt irgendwie im Sicherheitsraum ne oh Gott ich krieg riesen Ärger wir müssen jetzt in dem Fundbüro warten bis unsere Eltern oder die Polizei kommen oh nö hä? habt ihr es gesehen? habt ihr es gesehen? Hitman herzlich willkommen in der Familie Leute habt ihr gerade gesehen? diese Frau hat sich verändert die ist ein Animatronic geworden ne? als ob oh man ey der kleine der wird sowas von psychischen Schaden danach haben ich habe einen Schraubenzieher gefunden kann ich damit den Wend aufmachen ich lade erstmal die Tasche was? habt ihr es gesehen? oh mein Gott kann ich Freddy holen? Freddy Bruder wir müssen hier glaub ich richtig schnell raus ne? wir müssen irgendwie aus diesem wir müssen in den Schacht einfach rein ey das guck 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 in den Bildschirm diese Vanessa redet mit mir guck in den Bildschirm oben diese Bildschirme die verwandelt sich jetzt da habt ihr es gesehen? ok wir müssen hier jetzt ganz schnell rauskommen ganz ganz schnell wir haben das jetzt hier aufgemacht ok da ist sie ne? das ist sie Leute guckt euch die an oh Gott wir müssen zum Atrium ich guck einmal Map hat die mich gesehen? ach du heiliger Leute wir sind komplett hier wenn die in der Nähe ist dann passieren Dinge hier ne? ok das kriegen wir hin und ganz locker wo ist die? da ist sie jetzt liegt uns vorbei ich bin da alles cool sehr gut so puh ok wo ist das verdammte Atrium das muss ich natürlich jetzt erstmal checken wir müssen dafür die Karte so ein bisschen beobachten und wisst ihr was cool ist? man sieht mich hier selber in der Kamera jetzt ne? ihr könnt mal kurz gucken wenn wir so auf Kameras gehen ähm wo können wir die Kameras äh warte mal da unten da seht ihr mich? das bin ich guck mal der kleine Junge der Bre ist so anders dran ich sag euch ehrlich wo läuften die überall hin? also ich seh sie ja bisher jetzt nicht ne? ok so wo müssen wir hin? wir könnten Freddy wahrscheinlich rufen nehm ich mal an wollen wir das mal machen? Freddy? ne können wir nicht ja das ist ja auch schon wieder top ey ganz ehrlich dass Freddy jetzt auch schon wieder nicht kommt Mann das ist so doof da ziehen wir jetzt durch ich muss irgendwie nach oben kommen ne? guck dir den Hasen an ich höre die Stimmen von überall das ist das Problem wir laufen ihr jetzt hinterher vorsichtig die darf uns nicht erwischen Leute wir können uns natürlich überall verstecken und so weiter die geht wieder runter ok schnell zum Fahrstuhl puh ha? habt ihr es gehört? der Kontakt ist kaputt Freddy versucht mit mir zu reden aber der Kontakt ist kaputt ok weil die in der Nähe ist ok Leute wir müssen auf Ebene 2 alles klar irgendwas stört sein Signal ne? dass er mit mir reden kann wir fahren jetzt erstmal mit dem Fasch das gehört die ist jetzt wir müssen zu Freddy ok du hast recht du hast recht wir müssen da wirklich hin ich freue mich dass wir 420 Zuschauer über den Mittag sind ich stream das erste Mal glaube ich irgendwie so richtig mittags ich freue mich mega Leute Kuss geht raus lasst einen Daumen nach oben da wenn ihr Five Night and Freddy´s mega cool findet würde ich mich freuen Musik ist auch gut ok bisher ist ja alles entspannt ähm wo sollen wir nochmal hingehen ich muss jetzt einmal ganz kurz gucken was der gesagt hat Raceway Unterlobby wir müssen zum Raceway ok Leute dann müssen wir mal ein Auge drauf haben wo der Raceway hier sein soll Phaserblast Raceway da hinten zu Roxy? wer ist Roxy? Leute wer ist Roxy? kann mir das mal jemand sagen? oh nö die da unten du scheiße doch wir können speichern das ist erstmal ganz cool dadurch können wir jetzt erstmal wieder relativ safe gehen der Wolf ist Roxy auch nicht der Wolf man ich will doch gar nicht mehr ins Einkaufszentrum ich will doch einfach nach Hause in meinem Bett schlafen und so diese Attraktion ist vorübergehend geschlossen warum? kann mir das mal einer sagen? gehen wir jetzt einfach durch Leute hier ist ne Tasche die sammeln wir jetzt erstmal ein ok aha out of order ja mehr können wir jetzt hier erstmal nicht machen müssen wir mal schauen wie wir da nach unten kommen es gibt hier irgendwo einen Bauzaun da hat er Kisten gestapelt müssen wir mal kurz glotzen wo das sein könnte hier denke ich mal eher nicht ich komme hier aber auf jeden Fall auch nicht runter wir können da nicht rauf springen wir müssen irgendwo diese verdammten Kisten finden ist der Bauzaun Leute hier vielleicht auch nicht ok nach oben nach oben können wir auch nicht wo zur Hölle hat der Typ diese Kisten hingedonnert ich verstehe es nicht wofür sind die Taschen da sind so Sachen manchmal drin einfach so Gegenstände und so weiter können wir jetzt mit dem Fahrstuhl einen Stock nach unten fahren ich frage mich halt wie wir da jetzt rüber kommen sollen doch können wir eigentlich wir können doch mit dem Fahrstuhl ein nach unten oder nicht wir müssen ja eigentlich im Prinzip nur runter da ja dann machen wir das doch einfach jetzt hallo ich möchte gerne einen nach unten geht das aber kommen wir denn da auch wirklich jetzt raus ich will nochmal nur noch also auf Nummer sicher gehen dass wir auch wirklich nichts übersehen haben wir machen das wir gehen jetzt hier rüber einfach nach unten let's go wir müssen ja eigentlich nur einen Stock nach unten fahren ne und dann sind wir da EMI81 Dankeschön für 1,49€ er schickt ein Stück Kuchen rüber macht Vodafone wieder Stress Leute ich weiß es nicht ich habe gerade gesehen dass mein Stream hier schon wieder am strugglen ist ich hoffe mal nicht das wäre jetzt echt schlecht das würde ich gar nicht gut finden ich muss wieder nach oben gönnt euch die Musik gönnt euch einfach die Musik gönnt euch einfach die Musik die 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 du ich habe die Staunze voll jetzt lass mich raus wie lange fährt einer Fahrstuhl eigentlich kein Fahrstuhl braucht so lange für ein Stockwerk okay wir müssen tatsächlich hier irgendwie raus da müssen wir mal gucken Kann man... Man muss doch eigentlich in diesen Fahrstuhl rein können. Warum kann man den nicht aufmachen? Ich denke, da müssten wir vielleicht doch hier drüben mal gucken, dass wir da fündig werden. Wir kommen halt einfach noch nicht über den Zaun. Was ist das hier? Okay, da kommen wir auch noch nicht rüber. Irgendwo hier, Leute, müssen wir, denke ich, mal durchkommen. Geh mal weiter. Die Musik ist super, findest du. Aber... Leute, wir können doch hier nicht durch, oder? Wie kommen wir denn jetzt da am besten rauf? Da kommen wir nicht rauf. Ich frage mich, wo wir lang müssen. Wir sind, glaube ich, irgendwie falsch abgewogen oder so, ne? Habt ihr das gehört? Da war ein Geräusch. Emiya, dankeschön für zwei Euro, mein Bester. Und herzlich willkommen in der Familie. Ich freu mich. Dankeschön. Leute, wollt ihr mir helfen? Ich komm hier nicht... Also, ich übersehe irgendwas. Irgendwas richtig, so... Ich übersehe was. Wie kommen wir von diesem Stockwerk runter? Das weiß ich noch nicht so ganz. Da vorne sind diese Türen. Oh. Ich weiß wie. Leute, ich glaube, wir müssen echt wieder nach unten und müssen uns... Ah, nee, warte mal. Weil wir von Vanny erwischt worden sind. Wie kommen wir denn... Wie sind wir denn da nochmal hingekommen? Da muss ich echt nochmal kurz überlegen. Und hier aus auf jeden Fall nicht. Obwohl der Junge halt lockerlässig von der Bank darüber springen kann, ne? Aber ja. Ich versteck mich mal. Passiert aber nix. Christian Häusler spendet 10 Schweizer Franken. Dankeschön. Christian, ich bin gerade ein bisschen los. Ich glaube, wir müssen wieder runter, Leute. Ich glaube schon. Guck mal was. Karte. Hier abgesperrter Raum. Wir kommen hier auch nicht weiter, ne? Hier ist bisher alles noch dicht. Wir sind jetzt in Ebene 2. Wir müssen aber Ebene 1 runter. Und ich glaube, da müssten wir einfach raus und praktisch diesen... Äh, Weg einfach geradeaus nehmen. Kann das sein? Nee, wir fahren dann nämlich ins Erdgeschoss wieder runter. Und das wollen wir ja auch gerade nicht. Hier sind diese ganzen Rolltreppen und so weiter. Die können wir halt nicht benutzen. Und da hinten geht's nach links weiter. Aber das können wir halt auch nicht machen. Das ist das Blöde. So, und da ist jetzt auch überall noch Bauzaun vor. Das heißt, da kommen wir nicht rum. Da kommen wir nicht rum. Wenn wir einen runterfahren, sind hier die Rolltreppen. Hier sind Rolltreppen. Das ist ja wahrscheinlich dann das hier, ne? Ja. Aber wie kommen wir hier hin? Ich denke, wir müssen ein nach unten. Ins Erdgeschoss. Wir sind zu weit. Ich glaube, wir sind zu weit gefahren. Fast 500 Zuschauer. Ich freue mich. Lasst einen Daumen für diesen Livestream da. Freue ich mich noch mehr. Was war da gerade los? Da, 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 da. Schreibt nur Can. Okay. Ich guck mal ganz kurz was. Wenn wir da drüben reingehen. Warte mal ganz kurz. Okay, die ist jetzt erstmal weg. Ich bleib mal ganz kurz hier. Ich will einmal kurz was gucken. In welcher Etage wir uns jetzt befinden. Wir sind im Erdgeschoss. Wir müssten theoretisch ein nach oben. Wir könnten über dieses Treppenhaus hier, glaube ich, nach oben kommen. Die Frage ist jetzt, klappt das auch wirklich mit dem Treppenhaus? Das müssen wir jetzt mal checken. Hier ist ein Treppenhaus. Hä? Was ist das denn hier, Leute? Das ist ein versteckter Raum gewesen. Okay. Mach ich mal auf. Gucken wir mal. Fizzy fast, Schika. Okay, aber ich weiß halt nicht, was diese, was diese Dose bedeuten soll. Aber wir haben jetzt irgendwie ein Upgrade gekriegt für irgendwas. Verrückt. Nun gut. Da, wir müssen, glaube ich, nee, zur Parking Area müssen wir, glaube ich, nicht. Obwohl wir da jetzt eigentlich, glaube ich, durchgehen könnten. Ich gucke mal. Nee, können wir nicht. Na gut. Ja, ich laufe einfach erstmal. Das ist egal. Die Dose können wir uns auch später noch holen, falls wir nochmal sterben sollten. Aber werden wir eh nicht. Von daher ist alles entspannt. So, wir nehmen mal die Treppe. Jetzt sind wir. Nach meiner Rechnung ja auch schon im ersten Stock. Aber wie kommen wir von hier aus? Nee, wir sind immer noch im Herdgeschoss. Verdammt, Leute. Müssen wir hier rein in diesen Room und die Treppe wieder hoch? Ach, das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich auch sein. Okay. Elisa, du hast, äh, wenn du was aus meinem Shop bestellt hast und das bisher noch nicht angekommen ist, könnte mit Weihnachten zusammenhängen. Ich, äh, würde das mal abwarten. Aber wenn da natürlich nichts kommt, dann musst du den Shop halt mal anschreiben und sagen, ey, yo, Leute, seht mal zu, dass da jetzt was kommt, ne? Und dieses Lost and Found kommen wir auch nicht rein. Von da aus sind wir ja gerade auch gekommen. Okay. Ähm, kann mir jemand mal erklären, wie wir jetzt... Funktioniert der Fahrstuhl? Oha! Der Fahrstuhl funktioniert auch bald. Leute, was ist da bloß drin, ne? In diesem Fahrstuhl hier. Uff. Kann ich dir eigentlich Freddy holen? Nö, das geht nicht. Schade. Ähm. Ich gehe jetzt einfach mal hier dann durch. Es gab ja da dieses eine Tor. Wenn wir, ähm, wenn wir da wieder zurückgehen. Freddy ist hier nicht drin, ne? Eigentlich habe ich ihn hier doch irgendwo auch geparkt. Können wir hier wieder durch? Können wir. Geh jetzt mal da lang. Da. Da bist du auf jeden Fall noch rein. Wir haben ja definitiv noch ein bisschen was zu erledigen. Ähm, da sind nämlich so Extras noch in diesen Räumen drin gewesen. Und die haben mich ja vorher da übelst gejagt. Irgendwo kann man hier auf jeden Fall noch ein paar Sachen einsammeln. Wir müssen diese Räume hier nochmal abchecken. Die habe ich letztes Mal nämlich übersehen. Sehr gut. Okay. Hier ist auf jeden Fall noch was drin. Irgendwo sind hier noch Sachen. Das weiß ich so sicher, wie das Amen in der Kirche gesprochen wird, Leute. Hallo? War bitte vorbei, Mister. Hier ist auf jeden Fall eine Tasche. Sehr gut. Die haben wir dann auch schon mal safe. Und was ist das hier? Gibt es hier noch irgendwo ein Geschenk? Ja, da. Guck mal, ne? Ich sag doch, da ist noch was. Glam Freddy-Figur. Mhm. Sehr gut. Gehen weiter. Da hinten ist auch noch irgendwie was. Das haben wir uns auch noch nicht näher betrachtet, Leute. Jetzt müssen wir uns auf jeden Fall nochmal in Ruhe angucken. Aber wir dürfen jetzt uns auch nicht erwischen lassen. Das war richtig knapp. Wir gehen jetzt von Raum zu Raum, ne? Sehr gut. So, was ist hier so los? Warte mal. Einen sammeln. Ah ja. Da ist noch ein Geschenk. Du bist super Spieler, Reno. Danke. Plush Baby. Boah, den hasse ich richtig, ne? Das Baby ist so gruselig, Mann. Bruder, lauf! Zwischendurch leckt das Game halt immer mal so, ne? Ich würde jetzt mal sagen, das ist irgendwie so eine Optimierungsgeschichte von dem Spiel. Man hat so Mikro-Legs. Das ist halt immer manchmal halbwegs belastend. Hallo, kannst du mal die Tür jetzt auflassen? Okay, das läuft gut. Wir sind jetzt hier in dieser Tickethalle. Felsbier-Theater. Da kommen wir jetzt auch nicht mal mehr rein, ne? Wir können jetzt auch irgendwie nicht mehr runterfahren und so. Okay, wir haben uns jetzt auf jeden Fall die letzten Items hier gegönnt. Dann ziehen wir mal wieder zurück. Sehr gut. Ich glaube, wir haben mehr Ausdauer bekommen. Kann das sein? Lucky Stars. Da war ich auch noch nicht drin, Leute. Gibt's noch so Räumlichkeiten, die man einfach auch noch nicht kennt, ne? Da ist noch eine Toilette. Da waren wir auch nicht drin, Leute. Huf, was ist hier so? Alter, voll das saubere... Das ist ein goldenes Klo! Boah, ich muss, glaube ich, mal ganz dringend auf die Toilette. Einfach eine goldene Toilette. Ja, moin! Okay, dann gucken wir mal hier rüben. Also, Leute, ihr wisst, ne? Ein Mädchen-Klo reingehen und so einfach... M-m. Sollte man nicht machen. Aber ich mach's jetzt einfach. Was ist denn da drin? Typisch Mädchen-Klo, ne? Deswegen stehen die auch immer so lange vor den Toiletten. Da ist alles vollgestellt. Ja, dann habt ihr mal einen Einblick in die Frauentoiletten bekommen, Leute. Das hier ist jetzt irgendwie noch dieser Geschenke-Shop von Lucky Stars. Boah, die beiden, ne? Den mag ich noch so einigermaßen, aber den find ich nicht so gut. Das ist das Mondgesicht. Hallo, ich möchte gerne Geschenke haben. Wo krieg ich die bitte? Ja, da ist eins. Schmeckt. Altes Poster. Ich bin wegen dem alten Poster hierhergekommen, oder was? Ist das euer Ernst? Banno. Ich kann mich in den Popcornwagen verstecken. Auch nicht schlecht. Wir kommen hier leider noch nicht durch. Okay. Es kann sein, dass wir hier später nochmal her müssen. Wir haben hier auf jeden Fall alles erledigt. Das ist schon mal gut. Ähm, Andi Motz, könnt ihr mir einen Gefallen tun? Ich stehe momentan ein bisschen auf dem Schlauch. Ich weiß jetzt halt nicht, wo es, äh, quasi in, warte mal, in, äh, Raceway, in die Raceway-Unterlobby geht, beziehungsweise auch Tombola, ne? Raceway-Unterlobby. Das wäre mal cool, wenn ihr das mal kurz nachchecken könntet. So. Ist da drüben noch was? Oha! Junge, das ist ja ein richtiges Spiele-Paradies. Wie cool! Kann ich dir so ein Teil spielen? Das wäre voll geil, ne? Oh, Leute, wer kennt Airhockey? Eins im Chat, wer Airhockey kennt. Wer kennt's? Uff, eins meiner Lieblingsspiele. So cool, Mann. Airhockey macht richtig Bock. Alter, das ist übelst cool. Ja, Pines, das sehe ich da auf jeden Fall schon. Es geht nicht nur mir so. Ja, alles klar, der Chat so direkt so brrrt. Guckt euch das an, ne? Alle. Plötzlich, jeder kennt Airhockey. Richtig gut. Ich liebe das Game. Das macht richtig Spaß, Leute. Nur leider ist das immer so teuer als Kind, ne? Man bezahlt so einen Euro. Ey, wisst ihr was? Wisst ihr was? Wenn ich meine eine Million Abonnenten habe, kaufe ich mir einen Airhockey-Tisch. Alle Abonnenten, die mich auf der Straße erkennen, ich sage, komm mit zu mir nach Hause. Wir spielen eine Runde Airhockey. Deine Eltern könnt ihr sich entspannt einen Kaffee machen. Vielleicht habe ich bis dahin ja selber schon Kids. Das wäre cool. Könnt ihr mit meinen Kids Airhockey zocken? Aber ich will auch. Ich ziehe dann meinen Sohnemann einfach ab. Oh Gott, wir müssen laufen. Hinter uns ist der Sicherheitsroboter. Wir haben jetzt auch schon ziemlich viel geschafft. Und wir dürfen jetzt echt nicht drauf gehen, ne? Das ist das Ding. Wir dürfen jetzt echt nicht sterben. Wir müssen jetzt erstmal abspeichern. Aber das kann man hier, glaube ich, auch gut machen. Hallo, ich müsste mal speichern. Geht das hier irgendwo? Schlecht aus, ne? Kann man hier noch weiter gehen? Wir können das ja mal prüfen. Out of order. Ja, immer wenn ich vor so einem Tor stehe, fängt das Spiel so leicht an zu ruckeln. Aber ist okay. Hier. Auch wieder vor einer Tür. Hm, komisch. Denomé, der Ehrentyp. Kissy Missy. So. Wo speichere ich mein Spiel am besten? Ähm, wir machen das unten. Gut. Ich darf nicht ins Jungs-Klo, da ich ein Mädchen bin. Ja, das ist auch richtig so, ne? Man soll auch nicht aufs Jungs-Klo gehen. Es sei denn, du kriegst die Erlaubnis von... Mach ein Video mit deinem Kind. Ich hab noch keins. Ich hab noch keins, Leute. Aber ich würde eins machen. Schaffen wir eigentlich heute 1000, äh, Daumen nach oben? Schaffen wir 1000 Likes? Wir sind jetzt so 540 Zuschauer und ich hab grad mal 400. Äh, wenn wir das heute schaffen, Leute, mach ich morgen auch direkt wieder einen Stream. Ist das ein Deal? Ist ein Deal, oder? So. Ich würde jetzt aber gerne auch nochmal einen Deal irgendwie in diesem Fahrstuhl sehen. Kann man nicht mal einstellen, wo man hinfährt, oder so. Den Knopf kann ich hier auch tun. Wir fahren jetzt mal wieder nach oben. Okay, ich geh nicht aufs Jungs-Klo. Goncha Elvi sagt, der nur, du wärst ein geiler Vater, weil ich einen Airhockey-Tisch hätte. Aha, so ein Ding ist das. Was hier denn passiert? Oh, wir machen das weg, ne? Das Kissen nervt mich jetzt schon wieder. Ich hab's weggenommen. Super, nice. Boah, was zu trinken, ey. Gut. Gibt dazu noch nichts. Digga, guck doch einfach bei jemanden, äh, guck doch einfach bei jemanden. Also, kannst du einfach kurz ein Video durchskippen, Digga, bist du seit Tag 1 Mod, oder, oder, oder was? Check einfach kurz ein Video durch und dann gibst du mir einen Call rüber. Oh mein Gott, der hat mich doch erwischt! Boah, das war richtig knapp, ey. So, Leute, ich, weißt du was? So ein Raketenteil wäre auch irgendwie lustig. Wir kommen, wir können halt nichts machen. Wie, wie kommen wir da runter, Mann? Ich check's nicht. Leute, help me. Chat, oben bei den Garagentoren, was heißt oben? Was heißt oben? Wie kommen wir nach oben? A-T-A-D, herzlich willkommen beim Stream, ne? Freut mich, dass du dabei bist. Ich steh grad momentan ein bisschen auf den Schlauch. Das ist halt immer so ein bisschen... Ah. Wie komm ich da runter? Ich hab irgendwas übersehen. Ich find's halt ein bisschen blöd, dass es auf der Karte nicht unbedingt markiert ist. Ich lade jetzt erst mal meine Taschenlampe ein bisschen auf. Die hat auf jeden Fall links... Okay, was heißt links? Da sind Treppen. Als ob! Und wenn dann... Wenn dann noch jemand reinschreibt... Da! Da! Danke für die Hilfe, Brudi! Ja, geh, geh. Also ich hab... Ich war komplett blind. Also richtig blind gewesen. Aber ist cool, Leute. Wir sind da. So. Ich will nix hören. Roxy Balloon. Auch nicht schlecht, okay. Jetzt haben wir so einen Ballon bekommen. Ist heute bei... Long Gratistag. Junge, pisst dich jetzt mal. Ist der hier einfach gerade durchgegangen? Und warum kann ich das nicht? Ich bin so tot. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Werdi will mich holen. Hilfe! Mich verfolgt ein Todesroboter. Boah, ich hab's geschafft, ne? Ich bin entkommen. Das war richtig knapp, Leute. Warum ruckelt das Spiel so? Optimiert das mal. Macht mal ein Patch oder sowas. Ist nur bei mir so? Ich weiß nicht, wo... Wo der Wolf, ne? Aber alles entspannt. Man kann die auch nicht sehen. Die hat mich nicht gesehen. Da seht ihr den, ne? Der läuft hier direkt an diesem Wagen vorbei. Wir müssen warten, bis es nicht mehr wackelt. Kannst du bitte weggehen? Richtig grad. Richtig grad. Wir müssen warten. Ich bin einfach in so einem Essenswagen drin, ne? Seht ihr das? Die hat ein Tor aufgemacht. Die ist direkt vor mir. Scheiße, Alter. Wir müssen uns beeilen. Kann man hier hoch? Ne. Aber wir können uns hier verstecken. Das ist ganz gut. Ich glaub, die kommen hier nämlich nicht durch. Wo steht der Wolf? Okay, jetzt müssen wir richtig vorsichtig sein, Leute. Kann ich hier durch? Bitte? Bitte? Der Kleine kann sich hier nicht durchzwängen. Oh Mann, du bist doch ein Kind. Natürlich geht das. Scheiße, du. Geh mal hier durch. Das geht, ne? Da kommt der natürlich wieder durch. Man kennt ihn. Da sind die Kisten. Da. Da muss ich hoch. Wir haben nicht viel Zeit, Freunde. Ich bin drüben. Okay. Ich hab's geschafft. Ich bin drüben, Leute. Jawohl. Was ist das da vorne? Ist das Freddy? Ist das Freddy? Oh ne, ne. Was haben die mit dem gemacht? Freddy, mein Bester. Was los? Rudy. Are you okay? There you are. I was so worried. I waited and waited for you. Er hat die stückliche Nachladung verpasst. Er hat die stückliche Nachladung verpasst. Er hat die stückliche Nachladung verpasst. Ich denke, dass etwas falsch ist. Ich muss ihn da hinbringen. Einzelteile und Service, Leute. Auch nix. Unter der Hauptbühne. Okay, er muss unter die Hauptbühne und mit einem Bühnenlift runter. Okay, wir brauchen einen Backstage-Pass und sollen in den Proberaum gehen. Ich mach das, Freddy. Ich helf dir, mein Bester. Du kannst dich auf mich verlassen, Bruder. Okay, ich werde mein Bestes machen. Maja, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Leute, ich würde mich über ein Abo natürlich freuen. Dann schaffen wir dieses Wochenende sogar noch 158.000. Wäre mega, ne? Ich glaube, es fehlen auch nur noch 600. Dann gucken wir doch mal, dass wir diesen Backstage-Pass jetzt kriegen. Roxy. Roxy? Roxy hat hier gerade gesprochen. Och, nö. Warum ist hier immer alles so dunkel? Wir ziehen einfach durch. Da können wir erstmal nicht rein. Oh, Leute. Roxy. Da ist Roxy gewesen. Okay. Wir kommen durch diese Sicherheitstür auf jeden Fall noch nicht durch. Wir müssen hier lang. Wir gehen weiter, Leute. Ich hab das im Griff. Dedo, du musst jetzt abspeichern. Ich mach sofort, wenn ich kann. Sofort, wenn ich was seh. Schleich dich nur weg, du kleiner Feigling. Dann sagt sie. Hallo? Meine Taschenlampe hat auch genug Saft, Leute. Passt. Ich lass den Polizeitypen mal ganz entspannt machen. machen. So, ich bin jetzt. Oha. Was ist hier? Gibt's hoffentlich ist hier so ein Speicherraum. Auf jeden Fall gibt's hier erstmal ein Geschenk für uns. Machen wir das mal auf. El Chip Piñata. Ja. Und das hier ist irgendwie Foxy oder was? Mit so einer Goldkiste. So einer Schatztruhe. Cool. Ich will auch eine Schatztruhe. Ich verstehe. Wir verstecken uns kurz. Wir warten, bis der einmal vorbei ist. Okay. Jetzt können wir schnell durchziehen. Hinten kommt. Jetzt wird's ein bisschen schwieriger, Leute. Hab ich das Gefühl. Ja. Wir müssen die Kisten benutzen, damit wir da vorbeikommen, ne? Sehr gut. Wir sind jetzt hier schon mal in dem nächsten Raum. Okay. Ähm. Da können wir jetzt aber erstmal nicht viel machen. So wie ich das sehen kann. Da ist der Polizeio-Bot. Okay. Das ist also wirklich, ich muss schon sagen, einfach ist das hier nicht. Na, man muss natürlich einen guten Lauf haben und so weiter. Aber dann ist es auf jeden Fall ordentlich schwer. Das ist so cool. Aber dennoch, ich bin neu. Ronja Kochstein. Habt ihr auch noch nie hier gesehen. Herzlich willkommen. Ich freue mich an alle, die... Also ich freue mich über alle, die da sind, ne? Die auch neu sind und so weiter. Die auch das Game hier feiern und so weiter. Ich habe gesagt, also Call ist Call. Okay, hier ist irgendwo der Backstage-Pass. Ähm. Wenn ihr heute 1000 Likes voll macht in dem Stream, dann zocke ich morgen direkt den nächsten. Also sind wir morgen Abend auch wieder live. Habt ihr da Bock drauf? Dann einfach einen Daumen hoch. Küsschen. So. Die Taschenlampe müsste ich so langsam mal wieder aufladen. Ich mach das sicherheitshalber mal. Wir haben jetzt erstmal gespeichert, ne? Hm. Ich hatte bei The Baby in Yellow tatsächlich 1728 Zuschauer, Leute. Das war schon wild. Das war mal wieder ein richtig wilder Stream. Aber jetzt so, ähm. Ich, also gewöhne mich auch langsam an die Zahlen. Muss ich auch ehrlich sagen. Ich gewöhne mich langsam an euch. Ist egal, wie viele da sind. Ich hab trotzdem Spaß. Und. Das Geschenk hier müssen wir jetzt auf jeden Fall irgendwie auch nochmal aufmachen. Was ist da so drin? Backstage-Pass. Wir haben ihn, Leute. Jawoll. Sehr gut. Die Lift-Steuerung im Backstage-Büro finden. Aha. Uff. Hier sind wir wieder. Hört ihr das? Oh, nö, ne? Da hinten ist eine Tasche. Da können wir leider noch nicht rein, ne? Sicherheits-Pass 5. Okay. Wir gehen da einfach. Es ist der Krokodil, ne? Koko. Wo bist du? Welchen Raum sollen wir als erstes gehen, Leute? Grün oder pink? Schreibt schnell in die Chatbox. Grün oder pink? Ich weiß nicht, welchen wir als erstes nehmen sollen. Bei grün haben wir sowas wie eine... Ich würde sagen, das ist eine E-Gitarre. Aber okay, das sind beides E-Gitarren, ne? Grün oder pink? Caro, ich habe eben gerade schon gespeichert. Okay, alle sagen... Alle sagen... Oh, okay, doch nicht. Ja, okay. Grün. Grün, pink. Ja, grün. Grün. Grün ist die... Das wäre so fail gewesen. Wir gehen in grün rein. Ja, es war fail, Leute. Es ist also egal, wo wir reingehen. Na, zum Glück habe ich jetzt keine Abstimmung daraus gemacht. Oh, wir haben hier eine neue Sicherheitsabzeige. Wir haben eine Disco mehr bekommen. Wir haben ihn wieder repariert, Freunde. Ich kann sie sehen, auf dem Regen. Ich glaube, ihr könnt ihr auf dem Regen. Ich glaube, ihr könnt ihr auf dem Regen. Das ist eine zweite Runde. Okay, ich sehe Roxy und Monty auf dem Regen. Sie sind beide nach dem Regen. Oh, oh. Okay, Leute. Okay, Leute. Die wollen jetzt hier rein, anscheinend. Oh, nein. Wir müssen auf den Monitor gucken, wo er ist. Und wir müssen die jetzt auch noch paralysieren. Oh, Gott. Oh, oh. Wir haben fünf Minuten, ne? Notverriegelung. Wo ist, wo ist, wo ist Freddy? Wir müssen ihn reinlassen. Oh, Gott. Oh, Gott. Ruhe. Oh, yeah. Die haben Stromschläge bekommen, ne? Sehr gut. Wo ist Freddy? Wir müssen Freddy finden. Auf irgendein Monitor, muss der alles sein. Wo ist der Typ? Ich seh ihn nicht. Ich seh ihn nicht. Freddy, da ist er. Taste gedrückt. Freddy, komm rein. Er läuft durch, Leute. Sehr gut. Die machen jetzt erstmal noch nix. Wir haben fünf Minuten Strom. Wo ist der verdammte Lachs? Freddy? Nein. Oh, da haut schon wieder jemand gegen. Wir müssen die Mikrofontür drücken. Sehr gut. Und die haut jetzt dagegen. Ah, lasst das doch mal sein, Leute. Ich stromschock die alle. Da ist er. Sehr gut. Freddy, lauf durch. Die sind richtig sauer, ne? Guck dir das mal an. Alter, ist das geil, Mann. Das ist... Oh, Freddy ist irgendwo wieder aufgetaucht. Ich würde sagen, hier. Nee. Da. Ich drück den Knopf. Okay, sehr gut. Er kriegt jetzt noch einen Stromschlag. Lass das! Guck dir das an, ne? Er kriegt so einen Stromschlag und dann hat er erstmal keinen Bock mehr. Denk mal, Foxy rastet jetzt auch wieder aus. Du brauchst hier gar nicht anfangen. Sehr gut. Da ist er. Hä? Habt ihr das gesehen? Was denn da gerade passiert? Okay. Ich höre ihn. Freddy? Wo bist du? Da. Ich habe Freddy schon gehört. Ihr müsst durch den Lüftungsschacht entkommen, Leute. Mach die verdammte Tür auf, Freddy! Oh Gott! Okay. Wir sind raus. Easy. Wir sollen ihm ins Atrium folgen. Okay. Uh. Wir können jetzt die CD, die wir gefunden haben. Hey. Er kann mich nicht tragen, ne? Das ist irgendwie blöd. Na gut. Wir speichern jetzt erstmal ab. Sichere Bank. Bitte pass auf und rette ihn. Das mache ich, Reno. Versprochen. Aber ich muss erstmal... Sicherheitspassstufe 10? Ich hab grad mal drei. Wie lang geht das Game bitte noch? Als ob. Crazy. Der läuft jetzt einfach erstmal... Einfach voraus. Ich lauf dem hinterher und mach erstmal auch nix. Na, der wird das jetzt irgendwie schon klären. Freddy wird dich am Ende angreifen. Meinst du? Das glaube ich nicht. So. Mal gucken, was hier so geht. Da kann nur ein Freddy durch, ne? Durch diese Tür kann nur ein Freddy gehen. Okay, Freddy. Wollen wir jetzt die Show rocken lassen, oder was? Wir müssen da oben hin. Da oben müssen wir hin. Okay, Freddy. Ich weihle mich. Geh da jetzt hoch, okay? Ja? Ja, okay. Ich mach das. Leute, wir müssen jetzt darüber. Wir müssen ganz oben in den dritten Stock, Alter. Das wäre auf jeden Fall... ...schwierig, aber machbar. Die ganzen Sicherheitscops, ne? Die chillen ja alle. Ich sag dir, ich bin schnell wie der Blitz. Nenn mich den Weißen Blitz. Denn so schnell wie der Blitz. Ich bin so schnell wie der Blitz. Vorsicht, Vorsicht. Und let's go! Oh! Schnell wie der Blitz. Hä? Chica ist wieder hier. Monty? Wer ist denn Monty? Leute, Monty ist jetzt noch hier. Ist das zufällig, Monty? Oh nein, das ist Monty. Monty will meinen Kopf essen. Da hinten ist Roxy. Wie komm ich denn hoch zum dritten Stock? Keine Ahnung, ne? Egal, wir sind leise, Leute. Psst. Es werden ja immer mehr. Okay, wir sind wieder on the run. Wir können wieder durchziehen. Ich kann mir jetzt wenigstens mal die Gegenden so ein bisschen angucken. Mal schauen, was hier so geht. Wir kommen hier tatsächlich hoch. Okay, da waren wir auch noch nicht. Hier sind jetzt so Garagentore und so weiter. Mhm. Die können wir aber noch nicht betreten. Vermute ich mal, kommen wir da hinten auch nicht hin. Aber, wir können, glaube ich, hier nach oben. Ne, doch. Doch! Von hier aus geht's. Von hier aus können wir nach oben, Leute. Sehr gut. Wir sind im dritten Stock. Da müssen wir auf jeden Fall schon mal hin. Jetzt geht's hier hin und dann darüber. Wo ist Chica? Roxy steht unten im ersten. Ich könnte jetzt natürlich hier hingehen, aber ich nehme erstmal den Way nach da vorne und gucke mir an, was hier so geht. Oh Gott. Bin ich eigentlich bei Mexikaner gelandet? Sí, sí, señor. Bitte. Warten Sie. Mexicano. Hallo, señor. Äh, was darf's sein? Einmal der Burrito? Sí, sí. Ja, claro, claro. Comprende. Geben Sie mir bitte Burritos. Ich mache schnell fertig hier an die Bar. Und, äh, oh. ATHD möchte Burrito kaufen? Ja, natürlich. Geben Sie mir mit extra Soße. Sí, sí, señor. Wir sind, äh, Mexikaner. Äh, also, der hängt ja irgendwie schon so ein bisschen auf halb acht, ne? Ich habe auch noch ein paar, äh, aber die jetzt rauszusuchen dauert leider zu lange, Leute. Gregory, you are in the East Arcade. Okay. Ich musste hier sogar hin. Leute, habe ich gerade gespeichert. Sagt mal. Habe ich gerade gespeichert. Ich weiß es nicht mehr. Weil, dann muss ich das jetzt auf jeden Fall nochmal wiederholen, ne? Wenn jetzt was passiert... Ach, scheiß drauf. Ich schaff das schon. Leute, wenn wir jetzt verlieren, müssen wir richtig viel von vorne machen. Gar kein Bock. Vorsichtig. Habe ich? Ihr habt mich niemals gesehen. Ja, moin. Hast du die Hand da gerade gesehen? Das war so knapp. Ich habe bei Freddy unten im Schach gespeichert. Gar kein Bock. Ey, wenn ich jetzt erwischt werde, alles weg. Oh mein Gott. Five Nights at Freddy's Hardcore, Leute. Hört ihr das? Ich kann nichts machen. Die schnuppert hier noch. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, du bist tot. Meinst du? Pass mal auf. Ich mache das. Ich werde gesehen irgendwo. Roxy? Denk er von von da die Kuh. Easy. Easy. Lockeres Ding, Alter. Was wollt ihr denn? Leute, da ist doch nichts los. Ich bin der Survival Master. Ja, Monty ist da vorne am Tor. Der weiß, wo ich bin. Was geht denn da ab? Are you lost? Ich habe ein bisschen Schiss, ne? Ich muss echt speichern. Der Druck ist gerade sehr groß, dass ich Fehler mache. Ich gehe jetzt einfach mal ganz kurz hier rein in die Kabine, um kurz zu chillen. Und dann gehen wir raus. Ich bin so tot, ich bin so tot. Ich bin so tot. Da war so eine Reinigungskraft direkt auf der Toilette. Ja, was ist, wenn ich Durchfall habe? Dann steht er da und wischt da, oder wie? Ohohoho, das war so knapp, Mann. Der riecht hier gerade dran. Auf der anderen Seite irgendwie, ne? Monty ist ein Noob. Boah, das war knapp, Leute. Digga, einfach, einfach einen Daumen jetzt hoch, ne? Einfach einen Like da lassen, wessen Seele gerade seinen Körper verlassen hat. Ich sage ehrlich. Meine Seele hat direkt Körper verlassen. Ich habe schon gedacht, ich bin tot. Monty ist jetzt direkt hier. Die sind jetzt beide hier drin. Wie schwer soll das werden? Ja. Ich muss warten. Er ist direkt hier vorne, ne? Er ist nicht weit weg von uns. Ich glaube, die sind hier zu zweit. Ich gucke in die Richtung, wo er ist. Hä? Was ist denn mit Monty? Was ist denn mit Monty los? Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung, was mit Monty los ist. Aber irgendwie läuft er mir irgendwo... Was ist da denn passiert? Monty, wo bist du, Mann? Das Game ist ja richtig verbuggt. Ich verstecke mich jetzt. Hoffentlich ist er jetzt weg. Weißt du? Monty verfolgt mich jetzt dauerhaft. Der ist irgendwo im Boden. Ich verstehe nicht, wo das Krokodil ist. Aber ist cool. Hier sind wir bei einer Kaderanlage, Leute. Oh, geil. Was ist das denn da vorne? Monty, du entspannst dich jetzt mal. Ich weiß nicht, wo du bist, Alter. Aber das nervt langsam. Ja, die Bots sind ja richtig dämlich, Mann. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich mich... Ja, okay, Leute. Da muss ich mich ja nicht die ganze Zeit verstecken. Wenn ich da weglaufen kann, easy going. Ich wette, du hast keine Freunde, sagt sie. Okay, wir können da jetzt nicht so rein. Vorsichtig jetzt. Müssen wir ein bisschen leiser. Untergucken, untergucken, untergucken. Wir sneaken. Hab nichts mehr gesehen. Entspannt. Wir können weitermachen. Was ist das denn hier? Hier ist ein Schacht. Was ist das denn? Ist das eigentlich eine Spinne? Oh Gott. Lauf, Digga, lauf. Gar kein Bock auf Spinne. Alles easy. Ich hätte jetzt schon gedacht, der läuft mir jetzt die ganze Zeit hinterher. Dann ist ja alles entspannt. Kann man hier speichern? Ja, Mann. Leute, guck. War doch gar kein Problem. Easy going. Das Ding, den Aal, hab ich hier locker im Griff. Ganz locker. Taschenlampe wird nochmal aufgeladen. Easy. Das Sicherheitszeichen nehmen wir uns jetzt auch. Jetzt haben wir halt Nummero 4 schon, ne? Das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Ich hab schon echt sehr, sehr viele sicher. Auf Freddy. Auf Freddy. Ey, Gott sei Dank hab ich gespeichert, ne? Oh, das wird so richtig uncool jetzt. Das wird jetzt richtig uncool, Freunde. Ich nehm jetzt das Sicherheitsabzeichen. Ich guck einmal ganz kurz. Wir können uns nirgendwo verstecken, ne? Wir müssen jetzt... Klarkommen. Christian Häusler, dankeschön für 25 Schweizer Franken. Digger Schmatzer geht raus. Dankeschön, mein Bester. Ich freu mich. Der Office ist jetzt auf dem Lockdown. Ich kann deaktivieren, ne? Wir müssen in den Office bleiben. Das wäre natürlich auch noch eine Idee. Oh, nee, ne? Ich bleib einfach im Office und schließe die Türen ab. Nein, du bleibst mal schön da drin. Ja, moin! Freddy, kannst du dich beeilen? Freddy! Freddy, beeil dich bitte! Alles klar. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Freddy? Freddy, bitte. Freddy! Freddy, bitte! Die sind auf beiden Seiten, Freddy! Ich kann nichts mehr tun! Also, ich glaube, ich bin tot. Wie schwer sollen wir das Spiel machen? Ja. Ich kann mich halt nicht verstecken. Sobald ich aus dem Büro raus bin, haben die mich anscheinend irgendwie gesehen. Es ist richtig komisch, Leute. Es ist richtig komisch. Okay, lass mich mal einmal ganz kurz was überprüfen. Wir haben ja die Möglichkeit, hier rauszugehen. Noch haben wir die Möglichkeit. Ach, wir sind bei Sundrop. Ich glaube, wir müssen sehr lange überleben. Ich weiß halt nicht, ob wir diese Türen auch benutzen können, aber die gehen... Beide auf einer Seite wären, ist alles entspannt. Und das ist jetzt auf der Lockdown. Ich kann das Alarm nicht veraktivieren, aber es dauert ein bisschen Zeit. Nein! Sneak away! You can't. Whatever. Was soll ich da tun? Ich darf nicht aus diesem Büro rausgehen. Ich hätte jetzt gedacht, ich kann wenigstens um das Büro rumlaufen. Ich verstehe es nicht. Ich komme da nicht von weg. Krass. Na gut, dann regeln wir das anders, Freunde. Wenn ihr das so wollt, dann kriegen wir das so. Ist kein Problem. Dann regeln wir das anders. Hätte ich jetzt tatsächlich nicht erwartet. Aber okay. Wir müssen... Können wir unter den Tisch? Nee, das geht nicht. Hier können wir uns verstecken. Auf die rechte Seite und hier für die linke Seite. Wir können also direkt hier rüber. Okay. Vielleicht müssen wir auch mit den Kameras arbeiten. Mal kurz gucken. Ha! Oh, oh. Wir müssen genau zuhören. Ich bete, dass du nicht mehr hast. Ich bete, dass du nicht mehr hast. Puh. Ich muss mich richtig konzentrieren. Die sind alle auf der rechten Seite. Ich konzentriere mich, Freunde. Puh. Oh Gott. Die stacken jetzt. Und genau jetzt kann ich nichts mehr machen. Wenn du hier einmal erwischt wirst... Oh Gott. Das war's wieder. Ich hab nicht mehr viel Energie. Wie lange soll ich warten? Freddy, Mann. Sieben. Oh Gott, Freddy. Hilf mir, Mann. Oh. Ich bin raus. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ich bin... Ich dachte, ich bin so tot grad, ne? Ja. Wahrscheinlich jetzt. Wahrscheinlich jetzt. Okay, die geht jetzt wieder zurück in diesen Raum. Das ist ganz gut, aber... Ähm... Wir müssen uns jetzt erst mal ganz kurz in den Missionen angucken, was wir als nächstes machen müssen. Wir sollen, glaube ich, jetzt... In den... Auf die andere Seite... Müssten wir jetzt, glaube ich, rüber. Und immer diese Wischer-Bots. Das ist ja schon mal ganz kurz in den Missionen angucken, was wir als nächstes machen müssen. Oh Gott. Oh Gott. Psst. Leise jetzt. Gespeichert. Easy. Wir sind safe. Leute, safe. Easy. So, und hier geht's raus. Okay, wir müssen, glaube ich, durchziehen. Roxy! Ich kann nicht... Schade. Ich hatte sie fast. Okay. Erst mal gucken. Also, wir sind auf jeden Fall safe. Das ist ja schon mal ganz gut. Aber das Spiel hat schon so seine Schwierigkeit, ne? Uff. Wenn's hängt, Elisa, dann kannst du unten auch die Qualität ein bisschen verringern. Unten rechts ist irgendwo so ein Zahnrad. Irgendwo sind so drei Punkte mit Einstellungen. Und da kannst du dann halt quasi die Qualität mal ein bisschen untersetzen. Aber mach nicht zu doll. Sonst sieht das nachher nicht mehr so gut aus. Okay. Wir gehen jetzt wirklich in den Abgrund rein. Das ist wieder richtig was. Och man, Oxy! Oh! Lara, natürlich darfst du mich was fragen. Hau raus! Klar. Wir gehen hier jetzt raus. Ich weiß halt nicht so genau, was wir jetzt wieder machen sollen. Ich hab einmal nicht gelesen. Das wird einem halt so undeutlich immer... Okay, ich glaub, wir müssen einfach erst mal kurz chillen. Sehr gut. So, dann move'n wir uns jetzt erst mal schön nach vorne. Und ich glaub', wir müssen auf die andere Seite rüber. So, hier sind wir schon mal nicht schlecht. Da können wir auf jeden Fall nicht durch, denk' ich. Schade. Okay, wir sind drin. Glaskuppel hier. Perfekt. So. Jetzt sind wir hier schon. Das sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Da liegt ein Donut. Oh man, den will ich haben. Bitte! Och man, ich kann den Donut nicht essen, Leute. Schade. Der sieht voll leicht für mich aus, aber ist es nicht. Also, ich kann euch sagen, ich hab'n kleines Fable für so Stealth-Games. So, wo man so mal schleichen muss und sowas. Deswegen, ähm, find' ich das Spiel auch echt cool. Und seh' mich da auch in den nächsten vier Tagen in den Streams, weil ich solche Spiele megacool finde. Aber nur leider... Hab' ich echt noch keine Ahnung, wie wir da jetzt rüberkommen, ne? Können da leider nichts machen. Wir kommen da wieder an diesem Tor einfach nicht vorbei. Sehr ätzend. Da kommen wir auch nicht durch. Ich geh mal davon aus, dass wir wieder zurück müssen. Ich bin dein Favorit. Digga, bleib einfach hinterm Stuhl. Oh man, war ne knappe Kiste. Hier ist aber nix. Okay, wenn... Oh, wollt ihr mich eigentlich töten? Ich bleib im Kinderwagen. Ich bleib einfach im Kinderwagen drin. Mh, morgen... Also ich hab' halt heute ne Challenge gestellt, Leute. Äh, Digga, leckt eigentlich gerade der PC? Was ist denn da los? Tatsächlich war das gerade so. Ähm, ich hab' euch ne Challenge gestellt. Also, wenn ihr heute ein Tausender Likes voll macht, gilt ja auch für das Video, was dann später noch released wird. Äh, mach' ich morgen auf jeden Fall wieder einen Livestream. Und ich denke mal so, der wird sich bei 18 Uhr ungefähr rumbewegen. Ungefähr. 18 Uhr. Vielleicht plus minus eine Stunde, müssen wir gucken. Aber es sieht auch gut aus, Leute. Ich denke, das kriegen wir heute locker noch genug. Ich bin die ganze Zeit rot, ne? Unten rechts. Das ist halt immer so komisch. Moin, lauf! Easy. Easy, Leute. Erstmal speichern. Easy. Okay. Ich glaube, ich bin richtig. Hier müssen wir hin. Was ist das denn für ein Raum? Krass, wie groß das ist, Alter. Das Spiel ist einfach so riesengroß. Das ist echt heftig. Bin ich hier richtig? Ich glaub' schon. Oh nö, schon wieder so ein Streifen kommt, ne? Ich glaube, mit dem... Wir gehen jetzt einfach mal wieder zurück. Von da, wo wir gekommen sind. Wir müssen wieder durch diesen Mexikaner-Palast. Der müsste hier vorne irgendwo sein. Sieht gut aus. Und ich glaube, dann müssen wir einfach in die Mitte steppen. Und da war sicherlich... Oh, warte mal. Oh, warte mal. Wir gehen durch. Jawohl. Boah, manchmal leckt das Spiel aber auch, ne? Alter Schwede. Oh, Monty hat sowas von keine Ehre, Leute. Müssen wir zurück? Kann mir das jemand beantworten? Müssen wir wirklich zurück? Was ist hier vorne? Oh, Mann, ey. Nicht mal da kann man also irgendwas machen. Ja. Wir nehmen jetzt die Abkürzung. Wir gehen von hier aus zurück. Hast du dich, Monty? Ja. Das stimmt. Hassen mich hier alle? Ja. Das stimmt auch. Aber dieses Reinigungs-Dings hier hatte echt eine ziemlich hohe Reichweite. Also der macht ja sonst eigentlich nichts. Aber... Was ist das hier für ein Schacht? Ah, hier bin ich vorher durchgeklettert, ne? Stimmt. Jetzt kann ich mich wieder dran erinnern. Okay, ja. Dann sind wir tatsächlich auf dem richtigen Pfad. Gut. Ja, das... Also, Leute, da gehen wir jetzt ganz entspannt zurück. Dann läuft das. Da vorne. Da vorne. Die Sicherheitstür. Die vierte. Da vorne. Die muss ich nehmen. 100 Prozent. Ah, das war die hier, ne? Ah, okay. Ja. Okay, Leute. Ja. Ja. Jetzt weiß ich auch... Jetzt, jetzt, jetzt bin ich wieder komplett im Film. Alles klar. So. Hier einen schönen Sneaky-Beaky. Hä? Habt ihr den Teleportationsmodus gesehen von dem Ding? Alter! Meine Güte! Dieses Spiel! Ich weiß, ob das bei anderen YouTubern auch so ist, aber es leckt zwischendurch immer so stark, ey. Leute, ich hab einen der besten PCs der Welt momentan. Das kann nicht sein, dass das Spiel auf meinem Computer nicht läuft. Schlimm. Okay. Wir müssen jetzt da vorne in die Mitte. Ich hoffe, da können wir jetzt auch ohne weiteres rein. Aber ich denke, ja. Oder auch nicht. Wie kommen wir denn da jetzt rein, Leute? Ist es Monty da unten? Wie kommen wir denn da jetzt hin? Freddy! Freddy! Ah, das geht. Kann ich jetzt... Hallo? Ich möchte da gerne in deinen Bauch rein. Freddy! Ich möchte gerne in deinen Bauch, Freddy! Uh, der nicht. Okay. Weiter nach da hinten kann man aber wahrscheinlich nicht, oder? Da hinten kann man auch noch reingehen. Maze, rise. Was ist das denn für ein Roboter? Hallo? Ja? Ich darf hier nicht rein? Wirklich nicht? Okay. Ich brauche dafür einen Gegenstand. Weil mir leckt es auch. Ich habe den gleichen PC. Also ich glaube nicht. Hast du eine RTX 3090, Mann? Weil, also ich check nicht, warum das Game... Es läuft ja flüssig, sieht man ja auch. Aber so zwischendurch ruckelt das ein bisschen. Also das ist ein bisschen... Für Streaming ist das nicht so schön. Muss ich es schon sagen. Leute, wisst ihr was? Das speichern wir jetzt. Dann speichern wir jetzt ab. Dann machen wir jetzt Feierabend, okay? Ich denke mal, das ist schon in Ordnung. Da haben wir ja auch schon wieder ordentlich was geschafft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mir das nochmal reinziehen, ob wir das vielleicht nochmal fixen können bis morgen, dass wir entspannteres Gameplay haben. Das verspreche ich euch. Aber da haben wir heute ja schon wieder richtig ordentlich was gemeistert. Ich hoffe, euch hat der Streamen gefallen. Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall nochmal einen Daumen nach oben da. Und wenn wir morgen weitermachen sollen, Leute, würde ich mich natürlich freuen, wenn wir hier nochmal ordentlich reinbuttern. Dann ansonsten könnt ihr euch noch ein richtig lustiges Video reinziehen bezüglich Poppy Playtime. Ich verlinke das mal oben. Das könnt ihr euch hier reinziehen, das neueste Poppy Playtime-Video. Würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr da nochmal reinschaut. Und ansonsten sage ich bis morgen, Leute, und schönen Samstag, ne? Dickes Küsschen geht raus. Dankeschön für alle Donuts heute. Vielen, vielen Dank. Kuss, Kuss. Bis morgen. Dedo out.